Auf der Mitte 5, Schultersieg für Yassim Nassar Preußen Berlin. Nächster Kampf, Mitte 5, Muslim Karibov Nürnberg gegen Lian René Bölger-Werdau. Nassar Preußen Berlin Nächster Kampf, Mitte 2, Jakob Blumtaurer gegen Maximilian Fleck-Werdau. Auf der Mitte 1 gewann die Kampffarbe Blau. Kaspar Sarkowski, ZTA Tiersch-Bolska. Nächster Kampf, Mitte 1, Mia Bölger-Werdau.